Dieser scharfe Gegner will die Pfälze am Finaltag nachhaltig beeindrucken. Der Karsten muss schon was bringen heute. Für den siegreich durchschnittliches Abschneiden nicht aus. Der Burner ist es nicht. Bei dem Hauptgang muss ich da schon so ein bisschen noch einen Dämpfer geben. Okay. Ist der Chor der Kritiker tatsächlich einstimmig? Herr Karsten, von mir bekommst du... Nee, nein, bin ich nicht der Meinung. Das hätte man dann doch mal auch ein bisschen eleganter angehen können.